Wir bringen Farbe in Ihr Zuhause. Malermeister Christoph Herting und sein Team sind neben klassischen Malerarbeiten auch Experten für dekorative Wohnraumgestaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und ausführliche Beratung direkt vor Ort, um Ihre persönliche Vision fachgerecht und professionell umsetzen zu können. Wir sind Ihr Ansprechpartner für Maler- und Lehmputzarbeiten, Fassadengestaltung, Spachteltechniken und Wärmedämmung. Auch das Verlegen von Bodenbelägen können Sie uns überlassen. Mit jahrelanger Erfahrung und unserem Fachwissen verwirklichen wir Ihre Wohnträume. Egal ob es sich um Sanierungen und Renovierungen oder um die Umsetzung von dekorativen Raumkonzepten handelt, bei uns sind Sie an der richtigen Adresse. Seit 1926 können wir auf viele zufriedene Kunden zurückblicken. Überzeugen auch Sie sich von unseren Leistungen. Wir freuen uns!